Ganz zu Beginn, ich möchte wissen, was Sie sich interessieren, kommen Sie gegen sich selbst oder gegen Angehörige? Wer kommt gegen sich selbst zu diesem Thema? Wer hat da Angehörige, der einfach sagt, da möchte ich mich besser informieren? Gut, und das ist überhaupt nur so oder so? Ich hoffe, dass für die einen und für die anderen etwas dabei ist. Es ist ein Riesenthema, die Alzen natürlich. Und ich bin fast schon seit 15 Jahren mit der Gesellschaft dabei und seit sicher 15 Jahren Vorträge. Es ist so viel, dass ich jetzt versuchen, das was wichtig ist, für Sie herunterzubrechen. Dass Sie auch etwas mitnehmen können für nach Hause. Sie wissen ja, die Klinik Kliererwatt von Uwe kommt, die ist nicht so weit weg. Kennen Sie es? Ja. Normalerweise haben die Leute immer ein bisschen Buggler und der Checkout. Aber da haben wir doch noch heimspielt. Das ist die größte Lärmung in Österreichs. In der Neurologie. Wir haben hier mit 360 Betten. Das ist voll zu viel. Es gab nicht so viel. Wir haben auch gut Betten ab. Wir haben in der Rehabilitation. Und das Schwerpunkt ist natürlich die Neurologie. Das werden Sie schon wissen. Also wenn Sie einen Schlagern verpacken, so eine MS, alles was mit dem Hirn zu tun hat, mit den Muskeln, mit den Nerven, dann kommen sie zu uns. Wenn Sie uns als Bestes aufkommen, dann würden wir noch mal ab. Alle kennen es schon. Wir haben auch seit ein paar Jahren eine europäische Rehabilitation. Diese Gelenksersätze, diese Knie, Lüfte und so weiter. Und das ist eine ganz wichtige psychosomatische Rehabilitation. Wo wir uns auch mit den seelischen Problemen der heutigen Zeit beschäftigen. Die jüngeren Leute. Sie können es die noch hören. Die Klinik Kliererwatt hat sich sehr gewandelt in den letzten Jahren. 1998 ist sie eröffnet worden. Da war ich auch schon da. Ich bin wieder weggegangen und studiert. Und bin 2010 wieder gekommen. Und wir haben es noch ein bisschen aufgebaut. Wie gesagt, das ist quasi eine Klinik in ihrem Umfeld. Und Sie sollen schon wissen, von wo der Dr. Linke kommt. Also ich leite diese Klinik. Ich bin selbst Neurologie und Geriater. Einige Mediziner. Und ich habe meine Funktion als Projektvizipräsident von Alzheimer-Austria. Da komme ich dann auch noch zum Schluss ein bisschen dazu. Das ist das Thema der Menze-Krankung mit mir sehr am Herzen. Und da möchte ich Sie heute ein bisschen Neid entführen. Gehen wir Sie mit mir auf die nächsten 40-45 Minuten. Es gibt dann eine Prüfung. Eine voll schwere Prüfung. Die müssen es bestehen. Es ist nicht bestimmt, dass es eine Achtel drin ist. Bis man alle die Anfragen beantwortet. Es ist ja eigentlich ein trauriges Thema, das wir versuchen sollten so lustiger zu machen. Wir haben es eigentlich nur mit Sichtung und Weh zu tun. Es ist leider so, dass es keine Kinderreize, wo man Jungen nicht mit Kindern zu tun hat. Sondern wir haben ältere Menschen zu tun. Ältere Menschen haben zu sich, dass sie krank werden. Und was werden Sie sagen, wenn Sie mal schauen. Demenzerkrankung, ein paar, gibt es aber auch ein Schlaganfall. Wie der 2. Ein Schlaganfall. Aber die Demenz ist etwas, was massiv aufholt. Sie sehen, Sie sind erkrankt mit dem Alter. Da geht es nicht gegen 80 hin. Sie sehen, Demenz ist eine Erkrankung des höheren Alters. Und das ist immer häufiger. Nicht, dass Infektionskrankheit ist. Man kann sich nicht anstecken. Aber das ist mit dem höheren Alter vergesellschaftet. Und dass wir alle älter werden. Alle 10 Jahre, 3 Jahre. Wird die Erkrankung häufiger. Jetzt sagen wir uns noch, was sind denn die Herausforderungen? Warum ist so ein Problem mit Demenz? Versuchen wir mal zusammenzufassen. Naja, die Alzheimer Erkrankung ist die häufigste Ursache Demenz. Das wissen die meisten nicht. Demenz ist der Überbegriff. Das ist so wie Obst. Und da gibt es verschiedene Subtypen. Äpfel, Birnen, Bananen. Und so wie es Demenzen gibt, gibt es auch Alzheimer Demenz. Gefäßbedingte Demenz. Acklizont Demenz. Und 123 Anlehrer. Die häufigste Alzheimer Erkrankung. Deswegen sprechen wir oft immer von Demenz, von Alzheimer. Man muss wissen, Demenz ist der Überbegriff. Demenz können es auch werden, wenn ich zum Beispiel Schildeserkrankung habe. Auch das kann so ein Demenz führen. Aber das ist selten. Viel häufiger ist die Alzheimer Erkrankung. 36 Millionen weltweit, muss ich sagen. Vor einem Jahr, als wir am Tag stehen, kamen 10 Millionen weltweit. Diese Zahlen nehmen zu, wenn man beministerisiert, viele Länder, die Leute immer älter werden. Größen wir. 130.000 sind derzeit an Demenz erkrankt. Und das ist schon fix. Das ist keine Schätzung. Weil das wissen wir, dass sich diese Zahlen alle 20 Jahre verdoppeln. Da denken Sie mir doch die Baby-Boomer. 60er Generation. Wie geht 20 Jahre in Pension? Mit einer Masse von anderen Einer. Das ist das klare Thema. Hier sind diese Generation hinter unseren E-Typen. Da sind niemand mehr so viele. Da haben die Tage noch nicht aufhörte Kinder drin. Da haben wir schon weniger. Aber unsere Generation der Baby-Boomer, wenn die in den nächsten 20 Jahren in Pension gehen, erstens werden wir keine Pension mehr haben, zweitens werden viele Demenz-Patienten und Pflegebedürftige haben, weil auch wir krank werden, die Menschen. Das ist ja der Grund ein bisschen, warum das so ist. Also die nächsten 20 Jahre antworten sich. Und die Katastrophe ist, dass es eine schwere Erkrankung ist. Und zwar eine der folgenden schwersten Erkrankungen im Hörnernebensalter. Und das ist jetzt kein normales Alter, sondern das macht nicht nur krank, sondern fühlt auch die Vorzeiten sterben. Das ist ja das, warum wir eigentlich da alles tun müssen, um die Erkrankung uns vom Leib zu halten. Zwei- bis dreifach höhere Chance zu sterben unter einer Demenz-Erkrankung. Sie wissen alle, Alzheimer und Demenz führen zu Pflegebedürftigkeit, zu Abhängigkeit. Ich kann nicht nur für mich alleine sorgen. Das heißt, wir haben ca. 60-70% aller Pflegeheimenbewohnern, die sind dort, auch weil sie eine Demenz haben. Ich habe früher vor der Bekündigung im Haus vom Herzen mit dem Hintergrund und wir haben auch eine Diabertriebe gehabt. Und Demenz haben wir jetzt schon seit 83 Jahren. Zwei-Mittel-Eure-Patienten haben wir Demenz gehabt, weil wir eine Demenz-Statzeige gehabt haben. Also das ist der Hauptgrund, die Leute heute nicht mehr zu Hause betreut werden können. Und letztendlich kostet die Demenz-Erkrankung sehr viel Geld. Und zwar jetzt nicht die Medikamente, das ist nicht das Teuer, das ist ungefähr 1-2%. Aber die Pflege, die Personalressource, ist das Teure. Und das macht schon einen Unterschied, ob ich heute zu Hause lebe, da koste ich im Durchschnitt 13.000 Euro im Jahr, oder in einem Pflegeheim, da koste ich 25.000 Euro im Start im Jahr. Und wenn Sie denken, dass wir derzeit 400.000 Pflegeheim, wenn Sie ja auch haben, dann auch diese Zahlen, die sich auf über 720.000 Euro erhöhen in den nächsten 20 Jahren, dann muss man einen Stock zahlen. Das sind Schwierigkeiten. Das heißt, wir haben hier auch eine wirtschaftliche Division und das Gesundheitsproblem. Und das muss die Generation erwirtschaften. Was haben wir noch nicht erreicht? Was hätten wir, was haben wir noch nicht erreicht? Die können die Erkrankung noch nicht heilen. Jetzt werden Sie sagen, na gut, ein Zuckerbrauch kann ich nicht heilen, ich kann sie behandeln, das stimmt, ja. Die hätten es natürlich gerne geheilt, wie Infektionskrankheit, wie Typhus, das man mit einer Impfung ausrotten kann, oder was weiß ich, Polio, das haben wir alles ausrotten können. Aber leider können wir noch nichts mit Ihrem Heilen anbieten. Viele Medikamente, wo wir glaubten, jetzt schaffen wir es, jetzt kommt da was, das wirklich wirksam ist und nachhaltig die Erkrankung stoppt oder beeinflusst, sind in den letzten paar Jahren gestorben. Milliarden hat die Industrie investiert, wirklich Milliarden Dollar, um diese Medikamente zu entwickeln in den letzten Jahren. Und da haben wir schon gedacht, man hat was, und hat eine große Studie mit tausenden Patienten gemacht, und hat gemerkt, dass es wirklich läuft. Und da haben wir noch nicht gehofft. Und das war leider sehr dramatisch für uns. Wir sind in den Freundschaften auf Kongresse, wir fliegen immer noch ein paar mehr, die können überall hier schauen uns an, was gibt es denn Neues, und haben gehofft, dass eines dieser neuen Medikamente jetzt endlich den Durchbruch bringt, und dann kommen die Kollegen dazu, dass sie dann leider zum Schluss noch nicht mehr. Also große Deutschen haben wir erlebt. Eines ist noch dazu, die Menschen sind auch bediagnostiziert. Menschen, die heute eine Demenzerkrankung haben, haben eine große Chance, eine Diagnose zu bekommen. Und sie werden auch sehen, was das bedeutet. Also ich möchte es wissen, wenn ich ein Herz erkrankt und hofft, die behandelt werden sollte, dass es auch möglich ist. Demenz, das ist ja wurscht, das ist eine Altersverfesslichkeit. Ich möchte Sie schon warnen. Das ist keine normale Altersverfesslichkeit. Jeder, der eine Demenzerkrankung kennt, weiß, was das für eine Krankung ist, und dass sie dann frühzeitig eine Diagnose stellen muss. Und nicht warten, was sie zuerst spielt. Nur 20-50% erhalten eine Diagnose. Und wenn Sie eine Diagnose haben, Sie nehmen Sie eine Scheibe an, Sie können keine Medikamente, die Sie auch nicht, eine gewisse Wirksamkeit haben, werden nicht regelmäßig entgehen. Der Patient selbst zu oft schwer, sich zu erinnern, die Medikamente zu nehmen. Es ist schon eine dauerliche Situation zu sehen, nur 5 Minuten regeln sich die Medikamente ein. Also, wie das durch Blutungsmedikamente geht, das geht nur nirgends regelmäßig. Aber da nicht. Ja, und was jetzt noch ganz wichtig ist, es ist schon wichtig, wenn diese ganzen Szenarien sind, dass sich auch Österreich damit schließt, als Nation, dieses Thema wahrzunehmen. Unter etwas zu tun, wie Ressourcen zu bilden, Geld zur Verfügung zu stellen, und zu sagen, da müssen wir was tun. Das ist so viel Pflegeaufwand. Da ist so viel Leid dahinter. Und eine nationale Demenzfrage. Ich weiß nicht, ob Sie es gesehen haben, vor 2-3 Monaten in London waren die G8-Konferenz mit großen Wirtschaftsnationen, und die haben sich hingesetzt und gesagt, wir als G8, das ist ja gar nicht verteidiglich, wir wollen in den nächsten Jahren eine Heilung in Alzheimer haben, investieren Geld. Und diese Nationen haben sich auf die Fahne geschrieben, für Alzheimer, Geld und Ressourcen vorstimmend zu verpflichten zu stellen. Da haben wir das Problem nicht gemessen. Die alte Generation hat hier ein riesen Problem. Jeder dritte, immer 85 Jahre alt, das ist dement. Das ist zu viel. Wir nehmen alle Zeug. Also, auch in Österreich ist es wichtig, einen Demenz dabei zu machen. Und ich muss sagen, es gibt ein zwei Einladen von uns, der Soziales, von Minister Rumsdorfer, hier einen Anfang zu machen. Er lädt uns jetzt aber ein, hier quasi in diese Diskussion einzutreten, was können wir in Österreich machen. Und letztendlich wissen wir es eh. Wir brauchen jemanden, der es koordiniert und jemanden, der Geld und Ressourcen herkommt, das Ganze auf der Hand zu bringen. Schauen wir mal, was da rauskommt. Ich zeige jetzt eine Statistik. Schauen Sie mal, das ist sie des Jahres 1980 bis 2050. Und das sind die Österreicher, 100% das Alter, blau als bis 60, und die roten sind über 60. Und jetzt ist schon, da oben kommt so ein Geld verhalten in den nächsten Jahren dazu, 2030, 2040, bis 10% der gesamten Bevölkerung sind Demenz. Das ist aber so, das ist auch keine Schätzung mehr, das ist schon, wie sie das eintreten werden. Weil die Leute sind schon geboren. Sie sind schon geboren. Das heißt, da ist ein Problem, da müssen wir was tun, denn es kann nicht sein, dass wir bei der weniger jeden 10- oder 60-Jährigen hier mit dem Demenz haben. Das heißt, das wird das Gesundheitssystem belassen. Das ist ein viel mächtiges Leid dahinter. Gut. Das ist eine Zahl, die sich veraltet. Es hat 2009 noch geschätzt, dass 2010 110.000 Demenzkrank gegeben wird. Es sind schon 130.000. Und Sie sehen noch die Zahl 269.000 im Geschäft von 2050. Wahrscheinlich ist man schon auf 300.000. Weil die Lebenserwartung so steigt und die auch die Demenz früher diagnostizieren könnte. Wenn man das zusammenfasst, diese Zahlen sind grauslich. Aber das ist ein Aufwecken, weil wir müssen uns damit beschäftigen. Wir können sich die Augen zu machen und sagen, das trifft jeder, die ältere Generation ist eh wursch. Nein. Wir werden älter. Und wir verbringen ein drittloseres Lebens im Alltag. Wir werden älter. Wir sterben nicht mit 50 Jahren, so wie im Jahr 1900. Wir werden über 80 Jahre alt. Und wenn die Demenz in 65 beginnt, diese Altersgruppe zu attackieren, dann ist es wichtig. Also ein Anstieg der Krankenzahl wird teuer und es ist eine massive Belastung, nicht nur für die Betroffenen, sondern auch für die Angehörigen. und die Betroffenen. Jetzt wollen wir mal wissen, was ist eine eigene Vergesslichkeit? Haben Sie es schon erlebt? Aber seid ihr jetzt schon dran? Nein, 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 nein. Ich habe gesagt, das wissen wir nicht. Ja, ja, das ist schon dran. Versuchen wir mal so ein bisschen die Vergesslichkeit zu trinken. Was ist eigentlich Vergesslichkeit? Also ich werde natürlich die Doktoren über alles definieren, und wir müssen das ganz genau wissen. Das heißt, ich subjektiv habe eine Einschränkung dabei, irgendwelche Eigense, Fakten, Zahlen, Jahreszahlen, Wissen aus meinem Gedächtnis abzurufen. Wenn das nicht kann, ist es Vergesslichkeit. Aber auch wenn ich Schwierigkeiten habe, das neu sein zu speichern, das ist auch Vergesslichkeit. Und die Ursachen gibt es ganz viel. Z.B. eine Folie mit Ursachen. Und das ist eine neue Folie. Es gibt Ursachen, die mit dem Hirnzentrum, der psychische Ursachen, internistische Ursachen. Schauen wir uns zum Beispiel. Z.B. eine Medikamentenmediegel kann das Einspeichern im Gehirn erschweren. Es gibt Medikamente, die werden vergesslich. Flossenmedikamente, Plutoklinikamente, Diuretika, also Entwässerungsmedikamente, nochmals vergesslich. Schüttlöserkrankungen, Vitaminmangel, wenn wir ausgetrocknet sind, wenn wir sterne Herzerkrankungen sind. Das macht alles vergesslich, weil das Gehirn nicht so gut geklutet wird. Wir haben auch, wenn wir einen Schlaganfall haben, und gewisse Gehirnbereiche abgestorben sind, die fürs Merken zuständig sind. Wir haben auch nichts gelernt. Also auch ein Schlaganfall, durch Blutumstellung, eine Zündung, eine Epilepsie. Auch das kann alles dazu führen, dass ich nur Sachen nicht gut merke oder vergesse. Es gibt ganz viele unterschiedliche Medikamente. Es gibt immer das Medikamente, die führen zu Symptomvergesslichkeit. Das heißt, das können Sie bald bald haben. Auch wenn Sie seelisch zum Beispiel abgelehnt sind. Sie sind depressiv. Sie sind traurig. Sie haben im Hinterkopf immer einen traurigen Film ablaufen. Was ist passiert? Sie ist gestorben. Eine Sorge ist da. Sie sind abgelehnt. Sie sind auch nicht so fokussiert. Sie passen nicht so gut auf. Sie steigen sich nicht so gut ein. Sie können sich gar nicht wehren. Die Depression ist eine Erkrankung. Es ist nicht so, dass man jetzt faul ist. Sondern man ist erkrankt. Die Depression ist ewigst erkrankt. Da gibt es viele Erkrankungen, die auch die Aufmerksamkeit, die notwendig ist, dass man etwas mehr einbringt. Auf der anderen Seite sehen Sie aber auch Erkrankungen des Kindes. Die Demenzen, die als Symptom, als Hauptsymptom auch die Vergesslichkeit haben. Unsere Aufgabe als Doktor ist, jetzt als Neurologen oder Psychiater, die sich in die Beschäftigung zu schauen, ist die Vergesslichkeit. Dieses Symptom. Das ist etwas nur ein Symptom. Ursache, interistisch, psychiatrisch, neurologisch, gibt es einen Grund dafür. Wenn ich behandeln kann, dann ist die Ursache weg und die Vergesslichkeit sei. Behandle ich die Depression, sondern ich wirklich merken sie in der Doris. Behandle ich die Schilddrüsenerkrankung. Wie der Dürrex zum Beispiel. Klassisches Medikament, die Schilddrüsen in Ordnung, tut es ihnen leichter zu merken. Oder ist die Vergesslichkeit das Symptom einer Alpsychmerkrankung, einer Demenz. Da muss ich glaube ich auch in der Dichtung gehen. Das ist eine Erkrankung des Gehirns. Eine ganz spezifische Erkrankung des Gehirns. Und es gibt auch bei den Demenzen, wie gesagt, es gibt viele. Das ist quasi das Obst und da gibt es verschiedene Muttertypen. Alzheimer, Parkinson, durch Blutungsbedienung, auch zum Beispiel andere Krankheiten. Es gibt viele Formen, die unterscheiden. Die Behandlung ist immer anders. Keine Demenz ist gleich. Und das ist schon ein spezielles Wissen. Und deswegen ist es wichtig, das Symptom Vergesslichkeit an den Ernst zu nehmen. Abends nur Depressionen und Krankheiten. Und dann behandeln wir Depressionen, da geht es dann auch besser. Das kann auch Zeichen einer Herzschwelle sein. Kann aber auch Zeichen einer Alzheimerkrankung sein. Insofern Vergesslichkeit, wenn es immer wieder auftritt, schlechter wird. Dann würde ich Ihnen empfehlen, einmal mehr zum Doktor gehen, zum Hauptklären. Das sind nicht zu wenige. Und dann sagen wir Ihnen, bitte nur Vergesslich. Und schauen Sie, das machen die weg. Ich bin jetzt schon wieder ins Spital, in der Argonanz, in der Organisation. Kommen immer die Frauen mit den Männern. Der hat ja nichts. Ich weiß wohl, dass die Natur nicht kommt. Der weiß ja gar nicht, wohin sie herkommt. Es ist leider so. Die Männer sind ja ganz schlimm, dass vor sich die Frauen kommen, eben drei mit mir ist, was sie brauchen. Und glauben Sie, es gibt so typische Zeichen? Die Männer, die sind nichts mehr merkten. Die haben sich letztendlich auch immer auf die Frau verlassen. Wenn Sie den Mann was fragst, wie geht es denn? Schaut erst zur Frau. Das heißt, das ist das Gym-Turning-Sight. Das ist eine Literatur. Schaut erst zur Frau. Da kommen Sie. Das ist eine Sache. Verobachten Sie das. Das sind schon Spätzeichen. Das ist nicht früher. Das ist schon Spätzeichen. Schauen Sie mal, was man früher glaubt hat. Welche Gründe der Demenz sind. 1883. Da hat man glaubt, es sind physische Gründe. Die ist früher schon zu der Kopf. Alter, ich bin nicht zufrieden. Das sind jetzt zwei. Das sind moralische Gründe für Demenz. Ungegeben, Ängste, Krisen. Häufige Kummer. Das ist ein falsches Wort. Also, man hat sich besser definieren können. Heute wissen wir es genauer. Aber Sie werden machen. Wir wissen heute, dass es heute natürlich rum ist, weil Sie im Alter häufiger Demenz fühlen. Sie können sich gut trennen. Exzessives Essen, ihre ganzen Gefäße kaputt machen. Das dick wäre eine Hypotomie in der Bildung. Das ist für weitere Regen natürlich. Unmögliche Leben und Ängste. Aber es ist eine Depression wahrscheinlich dahinter. Diese politischen Krisen. Häufig wird ein Burn-out, wenn die Umwelt instabil ist. Aber es dürfte auch Isadora Hinweise geben, dass wenn unsere Umwelt instabil wird, dass auch die Psyche sich auswirkt. Und wir wissen auch, dass Depressionen auch in unseren demenzgegünstigsten entlegten in Ihrem Alter. Das ist ja nicht gut für das Gehirn. Aber heute wissen wir es wirklich genauer. Das war ja 1838. Heute wissen wir es genauer. Und warum wissen wir es genauer? Sollten Sie wissen, er hat die Frage im Studienstudium. Warum heißt die Alzheimerkrankheit? Alzheimerkrankheit? Und er hat uns einen Irrenarzt gegeben. Tügelin. Sein Dr. Palmes Alzheimer. So tausend schaut, er ist im GDDR mit einem Schnauzer. Und das war der erste Patientin, mit der er das Erkrankungsdruck beschwingen hat. Der wusste Kinder, die mit 55 Jahren an geistiger Verwirrung gestorben ist. Er hat die dauernd bekannte paar Jahre, hat den Verlauf beobachtet, hat ihr Gehirn untersucht, und hat im Gehirn verschiedene Zeichnungen gemacht von den Nervenzellen, und ist darauf gekommen. Da ist es im Gehirn, wo sein Gehirn hingekehrt. Das heißt, Eiweißablagerungen. Amyloid heißt Eiweißablagerungen. Das sind giftige Eiweißablagerungen, die die Nervenzellen zerstört. Und dazu beitragen, mit den Nervenzellen im Gehirn, wo wir zwar Milliarden brauchen, aber wenn es über Jahre geht, und die absterben, tausende, irgendwann, kann das Hirn es nicht mehr kompensieren, um es verantwortlich zu werden. Und nach ihm, also er hat nicht selbst nach sich genannt, sondern ein Psychiater, nach ihm, der Kräfte ging, und dann später die Erkrankung und auch dem Halles Alzheimer beschrieben, das müssen wir vorstellen, das war 1906 präsentiert, nach der Presse. Im Tüchner, im Kongress der deutschen Gehirnärzte, hat er eine seltene Erkrankung dem Hirnrinde vorgestellt. Die haben gesagt, hm, interessant, seltener, das ist nicht, dass es vergessen wurde. In den 50er, 60er Jahre, ist das ganze wieder stabil. Man muss glauben, warum es kantilisiert hat damals. Eine seltene Erkrankung. Ein paar 6.000 Millionen Leute. Ich habe gesagt, ich habe nicht gestorben. Die Leute sind aber 50 Jahre geworden. Da hat keiner nicht in einem Reneganthaus dieses Alter erreicht, um diese Abladung zu bekommen. Ich zeige Ihnen das Gehirn von einem Alzheimer Erkrankten. Das ist ein Schnitt und eröffnet genug. Normalerweise ist ein Gehirn viel besser, wie Sie sagen, viel voluminöser. Da gibt es natürlich die Furchen, das ist alles ein bisschen praller und saftiger. Da können wir es eh probieren. Das Gehirn, das Essen, das Hirn. Das ist jetzt aber schrumpelt. Ich wüsste nichts, wenn man hier isst. Nein. Gehen wir. Das ist ein X-Kart. Das ist im Augenblick. Aber das Problem ist, dass es in gewissen Hirnbereichen oder in Schlesen haben, das ist da ungefähr, das Gehirn, das sind so gedächtnisrelevante Reale. Da drüben, beginnt Allzeit. Ich zeige es Ihnen doch. Wenn man es so durchschneidet, jetzt wie Salami, also nicht in der Mitte, sondern so wie Salami, dann haben Sie die Füße im Gehirn, da haben Sie diesen Schlevenlacken, der da drüben, der da drüben, so durchschneidet. Und da drinnen, da drinnen, beginnt der Alzheimer. Man nennt das in dem medialen Temporallacken. Da drinnen, wenn man das großfotografiert sieht, das ist eine Seepferdchenstruktur, das wird geschrieben, für den Hippocampus. Das Hippocampus ist das Seepferdchen. Und da drinnen finden wir die ersten Veränderungen bei Alzheimer. Das können wir heute durch die Bildgebung feststellen. Und da drinnen ist das Areal jetzt wichtig, wenn ich etwas einspeichern will, wenn ich jetzt wissen will, dass ich heute in Wieselbach war, am 13. Mai 2014, wenn man das merken muss, dann passiert das hier danach. Und wenn hier ein Schaden ist, und das Gehirnareal absteht, kann man es nicht gut merken, man weiß gar nicht, wo ich war. Ich glaube, ich bin immer wieder. Und so schauen wir es dann aus. Sie sehen hier diese Ablagerungen, das hat schon alles Alzheimer. Wir sehen, diese Eiwesablagerungen, diese giftigen, das hört ja voll so dramatisch aus, und das zerstört uns die ganzen Nervenzellen. Und was macht das jetzt mit den Menschen? Wie diese Veränderung im Gehirn passiert? Diese fortschreitende Alzheimer-Krankung, diese Eiwesablagerungen, das ist im Gehirnareal. Schauen Sie, am Anfang haben wir gar nicht viel. Da weiß man oft gar nicht, das ist eine normale Vergesslichkeit, bin ich schon wieder ab. Man kann immer sagen, Alter, man wird das jetzt vergesslich, man wird etwas langsamer. Man kann es nicht so viel umstellen, so schnell. Man braucht ja viel mehr Zeit. Man kann sich natürlich jetzt nicht so viele Worte merken, aber das ist normal. Da gibt es eine Normwerte. Sie können sich natürlich nicht 32 Worte merken, das können Sie vielleicht mit 30 oder mit 20 merken. Sie können sich mit 22 merken mit 75. und das ist halt normal. Das heißt, die Vergesslichkeit ist aber hier der Alzheimer-Krankung mehr. Wenn Sie plötzlich nur mal 8 merken können, so 22, so normal wäre die Leute, dann ist das krankhaft. Und Sie können keinen neuen Gedächtnisinhalt einsteigen. Das ist das Erste, was da passiert. Das ist zum Beispiel diese Fakten. wenn Sie sagen, der 13. Mai 2014, wir sind im Stolz, ich glaube, ich bin der Dr. Winkler, ich benutze auch drei Sachen. Und Sie sollen sich das einspeichern. Da brauchen Sie diesen Hippocarpus. Und wenn der funktioniert, können Sie es abrufen. Ist der noch kaputt oder gestört durch die Alzheimer-Krankung, können Sie es nicht einsteigen. Die Festplatte nimmt das nicht auf und Sie können es nicht abrufen. Und es fällt Ihnen dabei ein, weil es nicht eingesteichert ist. Wenn Sie nur abgelenkt sind, weil Sie nicht aufpasst haben, haben Sie es zwar eingesteichert, aber jetzt sind sie abgelehnt, können Sie es nicht abrufen. Wenn Sie sich nicht ruhig wieder hinsetzen, kommt es wieder. Der Klassiker, ich gehe in Köln, was wollen die Wunsche, den Bastards. Geh auf, ich weiß nicht, die Kartoffel. Da haben Sie es eingesteichert und sich nicht abrufen können. Wenn Sie dann niemand mehr aufrufen können, und auch mit einem Hinweis, nach welcher Doktor worden sie ist, und Sie geben drei Sachen zur Auswahl, vor allem der Weg oder der Ducke, der weiß immer noch nicht, dann hat man Heilsprecher. Das können wir untersuchen können. Wenn die Erkrankung weitergehen, gerade eine Jahre. Das sind aber auch ein zeitliches Kindesdatum, der typisch ist, nur im Kalender nicht dabei. Nein, überhaupt nicht. Das ist eine schwierige Phase. Wenn ich da aufrufe, merkt man die Sachen nicht so gut, dann glaubt, sie tut das zu. Wenn ich 60 oder 70 Jahre alt bin, und meine Enkel und die Frau sagen, dann merkt man ja nichts, ist ja eine Beleidigung. Natürlich ist das Beleidigung, man fühlt sich nicht, so merkt man ja nichts. Klopperl. So ist es ja. Aber wir sind in der Kammer dann. Wie fühlt man sich da an? Man verneugt mir das, dann sagt man, der hat das nicht, der tut mir gar nichts gesagt. Klassiker, Streiterein, Aggressionen, er wird immer, er wird immer konfrontiert, er merkt sie es. Er sagt, du bist schuldig, böse Frau. Und es geht die ganze Zeit nicht her. Das ist die Kommission. Und das Versagen merkt. Typisch. Und das ist so typisch, wissen wir jetzt, ich weiß nicht wie tausend Werken, die ich schon gesehen habe. Das ist so, da gibt es ja nicht zu. Nur die Männer stärken. Das stimmt. Am Anfang ist es oft sehr schwierig. Da brauchen Sie wirklich einen Spezialisten. Und da sollten sie kommen. Nicht, wenn sie über die Normen zurückkommen. Auch das, habe ich ja eben erzählt, ich habe ihm gehört, dass es mit ihrem Mann gekommen ist und der dachte, ich glaube, ich bin schon gekommen, ich glaube, der hat was. Wir haben gesagt, wie heiß ist es? Er konnte kein Wort mehr sprechen. Da ist sich dann aufgefallen, dass es ist, bitte, es ist zu spät. Der beste Arzt kann man nichts mehr machen. Also wirklich, ich tue es ein bisschen überspitzen. Aber frühzeitig kommen. Es ist das Gefühl, dass es Vergeslichkeiten dauert. Ah, das Ding, der ist jetzt nur gestresst, oder der hat keine Sorgen, oder... Lassen Sie es abklären. Das kostet ja nichts. Der gesunde System ist ja gratis. Nur noch sonst war gratis. Wenn es der Kranken weitergeht, dann geht es weiter, dann schläft man auch diese höhere geistigen Fähigkeiten, höhere Probleme mit solchen Fähigkeiten. Und dann beginnt es auch schon die Abläufe. Wie geht denn das? Der Rasenmäher. Das, was er immer kennen hat. Das ist nicht schwieriger. Vielleicht bin ein Rauer, kann ich sagen, ich will reparieren, ich will Kaffee machen. Das ist nicht schwierig. Machst du. Und dann nehmen die Frauen alles ab. Das ist überhaupt der Tod. Wenn sie alles abnehmen, ist es eine gelernte Hilflosigkeit. Dann verliert das noch viel schneller. Auch noch wirklich. Bitte nicht alles abnehmen. Tränen. Los. Machen. Die steigende Vergessenheit. Die Geburtstage werden vergessen. Die Namen von den Engeln. Was sind zum Beispiel heute immer noch? Das ist ein Männerklas und es wird nicht so. Aber sprachstuhren. Sprachverständnis. Es wird schwieriger. Man versteht es nicht mehr. Und zieht sich auch zurück. Die gehen immer mehr gern zum Heiligen. Weil sie auch in der Gruppe nicht mehr die Gespräche so erfassen. Nicht mehr so mitdiskutieren können. Weil es Verständnisprobleme hat. Die Bedeutung der Worte verliert sich. Und ich kann nur so schnell nachdenken. Und dann zu einem Raum, wenn wir gleich nach Hause gehen. Ist auch schlecht. Weil diese Isolation alles daheim. Und die Furt geht. Diese ich will mich nicht konfrontieren. Ist für die Familie etwas da. Oh, vielleicht geht nicht mehr Furt. Der Betroffene. Sitzt daran. Macht nichts mehr. Ist nicht angemeldet. Der Mensch verändert sich. Wenn ein Wesen verändert sich geht. Das wir ja immer gern zum Glück haben. Und das wird gar nicht geregelt. Das wird ja weinlich sein. Das wird ja nicht. Das können auch dann, wenn man sich's nicht mehr erklären kann. Weil man zu viel mehr geht. Man könnte es nicht mehr finden. Das wird ja gestohlen. Und das nimmt es nicht mehr gestohlen. Aber ich habe es nicht verlegt. Das kann ich ja nicht erinnern. Und dann bekommt man diese wahren Vorstellungen. Nicht wenn er jetzt psychotisch ist. Weil er es nicht erklären kann. Und dann überzeugt es. Und ich wollte es nicht. Enkel. Oder wer immer hat es genommen. Oder Fremdler. Im Schwerstaat, im Messenstaat. Wie das kennen Sie vielleicht auch. Und dann kommt es noch zu einem Gedächtnis. Das ist der Fall der Verlust der Biografie. Ich verlerne das Wissen über mich. Wer ich bin. Meine Geschichte. Sie wissen ja am Anfang in den früheren Stadien. Das gleiche Merkens. Nicht das alte war es noch. Die Demenzpatienten können erzählen. Was im Krieg war. Was in den 50 Jahren. Was in der Jugendwahl erzählt. Und dann. Da war ja das die Hirn dazu. Das ist nur angesteigert. Aber auch in dem letzten Phase. Der Fehler des Langzeitgedächtnis. Die Regierung. Die Hygiene ist noch schlechter. Und das Wasser zum Beispiel. Das ist wieder ein Problem. Das sind jetzt keine Schweine. Aber wir sind nicht loschen. Sie haben Angst vor Wasser. Das Wasser ist ja etwas gefährliches. Für uns. Wir haben gelernt, mit Wasser umzukriegen. Kein Schmiedmann. Der Boden kann man nicht ganz aufhören. Es verlieren Sie das Wissen. Es war vor der Duschen. Boden will. Es ist gefährlich. Intuitivisch. Es kommt auch noch zu den Haaren Stimmelkontinenzen. Und auch letztendlich. Verlerne ich die Bewegung. Ich vergesse zu schmücken. Ich vergesse mich zu bewegen. Wie stehe ich auf vor dem Sessel. Das ist ein Programm. Motorisches Programm. Wenn ich heute aufstehe von dem Sessel. Muss ich wissen. Dann muss ich jetzt meine Oberkörper vorbeugen. Die Füße am Druck. Die Füße am Boden. Die Sonne ist auf dem Hinschnitt. Und dann muss ich mich hochkleben. Das ist ein Programm. Das ist eingespeichert. Da denken wir gar nicht drüber nach. Aber wenn dieses Programm sich auflöst. Kann ich mich nicht mehr aufsetzen. Das heißt. In einem späten Stadion dieser Erkrankung. Betriegt die komplette Menschheit wieder. Und es ist eine Pflegebedürftigkeit. Komplett die Pflegebedürftigkeit. Gut. Und Sie glauben es was. Da wollen wir was tun. Das wollen wir nicht. Das wollen wir nicht. Dass die Menschen in dieses Stadion kommen. Wir wollen sie viel verhandeln. Wenn wir uns ansehen. Dann wissen wir. Das ist die Zeit. Das ist die Zeit der Jahre. Von diesen leichten Idealisten. Bis hin zu den schwersten Pflegebedürftigkeiten. Jahre dauert. Und wir versuchen. In dieser Zeit. Wo alles noch gut ist. Hier zu behandeln. Wir wollen das Gehirn durch retten. Wo es noch gut ist. Wenn Sie heute sagen. Mit der frühen Mädchen. Mit 35 Jahren. Fangen wir an mit drei Zarträtseln. Ist gut. Ich muss nichts mehr bringen. Weil die Nerven zu den Job gestorben sind. Wenn Sie heute sagen. Ich bin 45, 50. Ich schau auf mein Blutfett. Ich schau auf mein Blutfett. Ich schau das nicht immer wichtig. Ich schau das meine Gefäße in Ordnung sein. Lernen und so weiter. Dann ist das sinnvoll. Es ist natürlich auch im Späten eigentlich noch sinnvoll. Auf das aufzupassen. Denn mit äußern unserem Körper schädigt. Schädigt auch das Gehirn und das Wummern. Aber sinnvoll ist es. Natürlich schon früh wie möglich zu beginnen. Und früh wie möglich die Diagnose zu stellen. Und das tun wir. Und dann kommen wir schon zur Diagnose. Bis jetzt einmal in der Verlauf der Erkrankung. Wir würden von der Diagnose sprechen. Und dagegen verraten. Das wissen wir seit. Die letzten 5 bis 10 Jahre. Gerade hat sich das Wissen eingestellt. Dass die alzämische Erkrankung. 30 Jahre vor Ausdruck der Symptome beginnt. Jetzt gemein. Alter. Gib ihm jetzt 49. Ja. Dann fangt schon. Da kommen noch die Eiweißer. Die Gifte. Und neben sich schraubt. Den Vortrag kriege ich schon fertig. Aber sag's nun. Da bin ich jetzt. Da bin ich jetzt. Das heißt jetzt habe ich aber Zeit. In diesen nächsten 20, 30 Jahren. Gehirn zu schützen. Weil wenn ich nichts tue. Mein Papa war auch 19. Und ich bin auch betroffen. Ich bin genetisch auch. Dann habe ich ein höheres Risiko. Ich weiß nicht, ob ich ihn gekriegt habe. Aber ich habe ein höheres Risiko. Der Diagnose ist nicht hier. Der sieht wie das Risiko. Aber man kann schon was tun auch. Ich kann sie nicht mehr. Ich kann sie nicht mehr. Wie wir versuchen. Das ist nicht zu werden. Wie der eine Fall. Wo der über den Reden hat. Das ist nicht schwer. Die Netzkunde zu behandeln. Sondern wir wollen da vorne. Das erste Gedächtnisproblem. Da wo die Diagnose steht. Die ersten Symptome der Vergesslichkeit. Das muss ich ernst nehmen. Und schauen Sie sich her. Und so früher ich das hier erkenne, diagnostiziere, so früher kann ich es behandeln und beeinflussen. Und wenn mir noch einer sagt, das ist nur eine Altersvergesslichkeit. Na, was ist denn das? Da muss ich abklären, ob hier eine Demenz vorliegt oder nicht. Wir würden bei einem Krebs halt sagen, das ist nur ein Alterskrebs. Wir haben leider so eine Toleranz gegenüber der Demenz. Und ich würde sagen, es tut nicht weh. Das Gehirn tut nicht weh, wenn es eine Demenz erkrankt. Wenn es weh tut, dann hätte man ja wirklich viel Schnuller mehr machen. Schade. Wir wollen früher beginnen, um auch früher behandeln zu können. Das hat gar keinen Sinn. Wir haben aber viele Medikamente, die haben so spät, war eigentlich alles verloren, weil das Gehirn schon verschrumpelt ist und die werfen sie nicht umgegangen sind. Das heißt, wir wollen nicht ein halte Gehirn umgegangen sind. Und da gebe ich Ihnen gleich. Bitte, wir können das heute in 10 Minuten, mit neuem Testverfahren, mit einer über 90%igen Wahrscheinlichkeit, so auch, da könnte die Demenz vorliegen oder nicht. Problem ist, es zahlen die Krankenkassen noch nicht. Das kommt aber schon irgendwann noch. Weil das müssen sie gar nicht zahlen. Wir müssen wieder zu erkennen. Mit so einem einfachen Test, mit ungefähr 10 Minuten, kann ich mit über 90%iger Sicherheit sagen, guck, da liegt wahrscheinlich eine Demenzerkrankung, auch eine Alzheimerkrankung vor. Die muss ich genauer untersuchen. Da brauche ich noch andere Untersuchungen. Und ich brauche keinen Test. Es gibt auch andere Tests, es gibt verschiedene Tests. Ich möchte Ihnen auch zeigen, das ist Englisch. Ich übersetze es in eine Erchancen. Da unten auf dieser Achse ist der klinische Verlauf. Also die fortschreitende Erkrankung. Und da sehen Sie so im Laufe der Zeit, was beginnt. 30 Jahre vorher beginnen die Eirassabladungen. Wenn immer mehr, dann kommt es auch zu anderen Eirassabladungen. Dann kommt das Hirn schrumpelt. Das Gedächtnis beginnt schreckt. Dann merkt es der Patient, dass er auch klinisch nicht so gut funktioniert. Das ist das viele Jahre vorher. Wir müssen früh nicht konstruzieren, dann auf den ersten Symptomen, der mit dem Demenz schon voll ausgebrochen ist. Wir kennen das zum Beispiel bei der Bildgebung. Das ist eine Bildgebung, ein Schnitt durch das Gehirn, wo wir sehen, dass hier zum Beispiel bei diesem Seepferdchenbereich in mittleren Schläfenlappen. Und dann nur, dass hier zum Beispiel viel Platz ist. Dass der schon geschrumpft ist. Und man kann das heute schon vollautomatisch mehr oder weniger messen. Wie viel ist mir schon mehr von 10 in 5 Uhr gegangen. Und das korreliert ganz gut mit einer Demenz. Also wenn ich den Verdacht habe, die Vergesslichkeit hat mit Demenzen geklärt, ich brauche so einen Screening-Test, der sagt, hoppla, ist auffällig, ich kann mir das bitte genauer erklären. Dann braucht man zum Beispiel eine Adelaide-Lessertomographie, wo man sich das genauer anschaut. Man macht eine ausführliche Testung der Hirnleistung. Man macht nicht nur so 10 Minuten, sondern dann schaut man noch ganz genau, das dauert eine Stunde, und schaut, wie es in der Einspeichern abrufen ist. Man muss sich viele Worte merken, viele Aufgaben machen, und schaut, ist das Altersentsprechend? Hat der Zufallsbefund? Oder hat der typische Debetssymptom? Und das Typische ist zum Beispiel dieses Nichts sich einspeichern können, vor allem zum Beispiel Fakten oder Wörtern, und das wieder abrufen können, weil ja die Einspeichertfähigkeit nicht gegeben ist. Und was wir auch machen können, ist, wir können diese giftigen Eiweiße im Gehirn, das ist ein Gehirn, von einem Alzheimer-Patienten im Vergleich zum gesunden Gehirn, wir können die mit einem, wie soll ich sagen, mit einem leuchtenden Marker versehen. Wir können diese Eiweiße kennzeichnen. Wir spritzen da eine radiative Substanz, das ist nicht gefährlich, und plötzlich leuchtet das auch im Gehirn. Und das ist typisch für Alzheimer, wenn es da, in diesem Bereich, sich anreiche. Das heißt, ich kann das giftige Abladung noch zeigen. Das heißt, diese Untersuchung sagen wir ganz klar, nicht Alzheimer. Ich kann aber auch, wenn es ganz notwendig ist, der Rückenmarktsflüssigkeit, eine Probe entnehmen, und wenn ich da typische Alzheimer-Veränderungen sehe, von diesem Eiweißen, dann entwickeln die Leute, die keinen Alzheimer drin, aber die, die diese Veränderungen haben, entwickeln Alzheimer. Das heißt, ich habe viele Möglichkeiten, und das ist leider ein englisches Foto, und wenn ich die alle zusammennehme, diese Gedächtnistests, diese Rückenmarktsflüssigkeit, diese Marker vom Gehirn, habe ich insgesamt über 90% Sicherheit, die Alzheimer-Erkrankung wirklich festzustellen. Das ist doch vorhin ausgebrochene Demenz, da habe ich eine Gedächtnisstörung. Demenz ist ein Begriff, der auch bedeutet, ich bin schon abhängig, ich habe schon soziale Probleme. Da habe ich eine Gedächtnisstörung. Das fällt mir vorher drauf. Da können Sie doch prima ein Bierarbeit sein. Na gut, jetzt haben wir gesagt, wie ist der Verlauf, wie ist die Diagnose, du könntest viele Dinge ausbeziehen. Na, was tun wir denn dagegen? Also, Sie sehen hier, das Schwiebad zur Bierwart, äh, wenn Sie sich weh und äußern, rupfen Sie da rein, und schauen Sie, dann kommen Sie zu den Jungen aus. Ein Kuhaufenthalt, die Jungen aus. So ist es nicht ganz, der Jungen vorunter, den haben wir leider auch nicht. Das ist auch lustig, wenn wir die Jungen drüber lassen. Jungen schlank. Ja, obwohl das Kuhwesen der Bierarbeit in Frühjahr, weißt du, das ist so ein Anal, oder so ein Schwenker, 1875, die Bierarbeit, puh, puh, da sind die Leute nicht, da kommen wir wegen der Gesundheit. Die Völlerei, ich glaube, keiner weiß, das haben sie auch schon gegeben, und das Wasser, innen lassen, das wäre ein Wunder, aber es hat mir alles geholfen, es gibt Kreativismus, es gibt Kinderwunsch, es gibt alles geholfen. Ich habe gezeigt, ich habe das Wasser. Das Einzige, was das Wasser macht, ist die Schwamme. Ich bin von 360 Meter, äh, 54 Meter Meter, anstelle 2 Meter, sind Frauen, ich werde das Wasser verdienen. Ich kann es schon selber sagen, man wird kein Sex geben. Das ist abwechselnd. Aber ich habe gesagt, schon, dass alle geben, so wissen die Frauen, fühlen sich wohl, und beim Schwamme, das ist auch schön. Bei der Junge kann man eben von Neujahr sein, aber leider nicht, aber, theoretisch, wenn wir dann denken, dass die Einzelmeldung in einem hohen Alter auftritt, Beginn mit 5, also richtig, die Maße haben wir dann bei 18, 19 Uhr. Wenn wir den Beginn noch nach hinten verschieben, um 5 Jahre zum Beispiel, dann haben wir weniger Menschen, die zerlegen. Das heißt, nach hinten müssen wir schieben. Wenn wir es nur noch 5 Jahre nach hinten verschieben, haben wir die Hälfte von Betroffenen. Weiß ich, ein Medikamenten müssen jetzt gar nicht heil, da müssen sich nur die Symptome nach hinten verschieben. 5 Jahre, na super, dann geht es nicht, wenn man mit 5, 20, 20, 20, bis 90 Zeit ist, wie nicht ganz krass. Das ist ja doch schön, sind ja noch viel länger daheim, Tränen, Tränen, Lebensqualität, Sie müssen nicht nach Poster, das ist wirklich, Sie machen immer wieder, das ist ja gut, das ist ja von Haftabon-Kerziger, das ist ja von Haftabon-Kerziger, das ist ja eh, aber das ist ja auch nicht daran. Spür. Und jetzt geht die Frage, ganz kompliziert, das Bruder wieder von Poster, ähm, was geht noch tun? Bei der Intention heißt, ich muss die 30 Jahre vorher schon was tun, wenn ich nix wirklich vorhabe, bumm, wenn ich eine Heilung habe, zum Beispiel wir hoffen, dass Impfung, die jetzt bald, im nächsten 3. Jahrhundert, und die Alzheimer-Impfung, dass die, dass die, der Tatlauf, deutlich beeinflussen kann, dann stoppen wir es nicht. Aber was ich auch hauen ist, wenn Medikamente, die können die Symptome verbessern, Sie können es zwar in einem Verlauf nicht verhindern, sie leben nicht länger, aber sie leben besser. Das ist genauso wie Zucker. Sie können eine Zuckerkrankheit nicht ein, außer ich mache Bauchspeicheltausplantation. Aber in der normalen Zuckerkrankheit sind keine Symptome behandelt, keine Zuckerspiegel, keine Blutdruck, keine Blutdruckhöhe behandelt, aber nicht die Ursache, dass nur die Gefäße an der Blutdruck oder das Herz stoppen. Aber es geht ihnen besser, und sie leben besser. Und so ähnlich würden wir uns das wünschen, die wirtschaftlichen Medikamente, die ersten haben wir nur symptomatisch, die Medikamente, die werden ihre Symptome lindern, aber sie in der Leben nicht verbessern können und nicht länger leben. Leider geht das nicht. Aber in der Prävention, was können wir tun? Wir können alles unterstützen, was die Gehirn und Gesundheit fördert, und das vermeiden, was wir dann schädigen. was das Gehirn unterstützt, und was schädigt. Schau mal, es kommen mögliche Ansätze in der Alzheimer oder in der Demenzprävention. Was kann ich tun in der Prävention? Für mich ist das Wichtigste, alles was das Herz schädigt, das Gehirn, der Blutdruck, der Zucker, die Blutfellen, das Übergewicht und das Nikotik. Das sind alles, die sich gefaktoren können, die können sich beeinflussen und behandeln. Tun sie das. Und nicht mit 5 und 8 baut werden zum Rackern. Dann können sie auch racken. Dann werden nicht nur viele Gehirnzellen schützen. Das ist ja ganz schlimm, der Alkohol hat eh schon Demenz. Die sind 90, und da dürfen sie auch kleiner trinken. Das ist falsch. Die Lebensqualität steht folgend. Das hat der Alkohol, der hat gerade gesagt, in geringen Mengen Schutz gefolgt. Gibt sich zig Untersuchungen. Jetzt wieder deutsche Untersuchungen. Geringer Alkohol heißt bis max. 30 Gramm. Wie viel ist das? Schlafes? Ja. Zauflogen. Schrei. Aber sie müssen es nicht regelmäßig bei den Regionen zu. Warum ist man ein Zölverein? Weil wir in Österreich sagen, zwar auch in St. Turt, wie gut muss ein Flaschen erst sein. Wir machen nicht die Wärmung dafür, aber es ist bewiesen, dass es ein geringerer oder mäßiger Alkoholkonsum hat gar nicht schützenden Effekte, wobei es wahrscheinlich gar kein Alkohol ist. Sondern wenn Sie ein Leben haben, wo Sie jeden Tag wirklich in der Augen trinken, haben Sie keinen Stress. Da geht es Ihnen gut. Und wahrscheinlich ist es ein Zeichen, dass Sie ein gutes soziales Leben haben. Entschuldigung, ist der Regionen auch besser? Ich würde, wenn man aus dem Traum besser ist, weil mehr Inhaltsstoffe haben, Flavoride, die wahrscheinlich ein bisschen besser gefäßprotektiv sind, anti-oxidativ leben. Wissen wir uns selbst. Man vermutet es. Gut. Also alles was schlecht ist, Zucker, Herzgefäße, Blutdruck, Rhythmusstörer oder Herzflimmern, Herzschwäche, bitte alles dran, Übergewicht gesätzt worden, Kolestalin, Rauchen, All das ein Möbel natürlich, wie ihr Alzheimer ist, das können Sie eben auch noch heimstellen lassen. Ich sage, Gute Nacht, ich. Tun Sie was. Er sagt, Schicksal. Nein, nicht Schicksal. Selber tun Sie was. Gehen Sie ein bisschen schocken, gehen Sie packen. Machen Sie was. Einfach? Ja. Was können. Der zweite ist, der zweite wichtige Bereich, was Sie tun können, wo Sie noch gar nicht für die Bekanette. Ihre Hirnreserve. Eine Hirnleistung. Ich versuch's Ihnen so zu erklären, meine, das kognitive Reserve, das heißt, Sie können auch Ihr Gehirn wie ein Muskel trainieren. Sie müssen das ganze Leben machen. Wir wissen heute, hohe Bildung ist mit weniger Heuerfiguretimenterkrankung vergesellschaftet. Also wer sein Leben geistlich aktiv ist, sich bemüht, das Gehirn zu trainieren, die Sprache, die eine Ausbildung macht, aktiv bleibt, hat ein geringeres Risiko. Bildung, Lernen. Geistliche Aktivität hat alles Training. Damit es gute Untersuchungen dazu, dass es wirklich quasi protektiv ist. Das heißt, Sie bekommen, wenn die Menschen später das Gehirn widerstandsfähig ist. Sie haben mehr Nervenzeiten gut verknüpfen. wenn sie daheim vor dem Fernseher sitzen und im Holgera schauen hat, ist das nicht. Es gibt immer das Gleiche. Es gibt immer das Gleiche. Gleiche Musik. Sie müssen was anderes tun. Aber Spanisch lebt man noch Französisch. Immer was anders. Die Leute haben immer das Gleiche tun. Die Leute haben immer das Gleiche tun. Sie kommen schon auswendig. Ist das kein Reiz mehr für das Hirn? Macht das so Tato? Das ist ein Abweser. Wie ist das? Es gibt diese Studie, die so durch die Welt gegeben hat. Da haben dann über 100 Jahre geplant geschaut, was das Gehirn Eiweißen ist. Diese giftigen Eiweißen. Und da hat man gesehen, vom Gehirn her, die muss ja schwer gemägt sein. Es gibt so viele giftige Eiweißen in diesen Arealen. Die waren aber nicht gemägt. Weil die haben ja ein ganzes Leben diese geistige Aktivität getrunken. Die haben quasi einen Airbag aufgebaut. Diese kompetive Reserve, dass sie eigentlich für das, wie betroffen das Gehirn schon war, dass sie immer kompensieren können. Sie waren nicht gemägt. Aber wenn man das Hirn angeschaut hat, dann haben sie Doppeltenwissen gemägt. Sie können auch was tun. Wichtig ist an der Lifestyle, da kommt da mit dem Nikotiv, übermessiger Alkohol, die Körperliche, in denen es wichtig ist, die Bewegung ist wichtig, und die Ernährung. Und da ist ganz die Wugung. Also, wenn Sie heute in ein Potecken reingehen und schauen, was es da jetzt gibt an Hirn-Nahrung. Es wirkt aber nicht. Nichts wirkt. Kein Nob. Ach. Kein Omega-3 alleinig. Nichts. Das haben wir untersucht, das haben wir uns angeschaut. Inka wirkt nicht. Im Studium, 2009 gezahlt haben, 5000 Patienten, die über 6 Jahre behandelt wurden, Pimico kann die 42 Milligramm schon 3 Wochen zu kapseln, das aufnimmte Demenz nicht verhindern und auch nicht rauszuhören. Es ist aber so, dass bei der gefäßbedingten Demenz, bei der vaskulären Demenz, ein bisschen was bringen kann. Halten wir leider nicht. Das Problem ist, aber ich muss draußen mitteilen haben. Ich muss aufkommen, diese mediterrane Kost, das tut es nicht. Ich habe noch einmal verarbeitet, ich glaube nur die OP3-Feldzeuge, große Studien gemacht, man hat gesehen, wenn ich heute 100.000 Leute gerne, die viel Fisch essen, dann bin ich ja in die Demenz. Haltsam. Wenn man mal hergeht und es Leuten 3 Jahre lang ohne der 3, also Fischöl gibt, dann gibt es genauso wie es. Also mit dem Fischöl kann es nicht sein. Und da hat es große Teutschungen gegeben, wenn man das Fischöl hat, man sagt, ach krank, das ist nicht gut. Ähm, das ist nicht gut. Das ist nicht so gut. Im Kanzel müssen sie rein gehen, das ist nicht gut. Das hilft nichts. Dann ist aber drauf gekommen, vor 10 Jahren die ersten Forschungen in Boston oder MIT und als Chinsons und die Leute schon begonnen, dann sagt man, aha, nur die eine Substanz, vielleicht brauchen die Hirnzellen eine Kombination. Und heute wissen wir, ich habe ganz abgehörige Studien, die gibt es ja seit 2 Jahren, auf den Kongressen, das ist noch nicht allgemein. Sie müssen eine Kombination nehmen, aus Omega-3-Fettsäuren, Phospholibin und THA, also sie brauchen Membranbestandteile von der Hirnzelle. Es gibt Ernährungsstoffe, die braucht die Nervenzelle, ihre Nervenzellwand zu bilden. Sie müssen nur einen Baustein zuführen, wie zum Beispiel Omega-3-Effettsäuren, diese Zelle, da kann man sie nicht gut verwenden. Sie müssen eine richtige Kombination von diesen Vorläuferstoffen geben, diesen Nahstoffen, in der Kombination mit einem zusätzlichen Kron-Faktoren und Bausteinen, sehr kompliziert. Dann kann die Nervenzelle diese Nahstoffe besser verwenden, und sie die Materiewand, die sie braucht, besser aufbauen, und bleibt stabiler. Und wird rundheran, nahe an Eiweißen, mit diesen giftigen Eiweißen, nicht so leicht, fest. Das haben wir jetzt, in den letzten 2 Jahren, mit zwei großen Studienzeichen können, die dann letztes Jahr in der Erde vorgestellt worden sind. Es gibt quasi diese spezifische Kombination, die gibt es nicht nur in England, sie kommen auch in St. Österreich. Was macht das? Es kann über 6 Monate eine Verbesserung der Gedächtnisleistung bei ganz früher Alzheimer-Krankheit bewirken. Ist die Alzheimer-Krankheit auch schon fortgeschritten, wird es nicht mehr. Das ist eine Kombination vor allem aus den Fettsäuren, der Antioxidantien-Kopfabteil, die hier in der Nervenzelle und diese Synanze das ist ein partitierter Stoff, der kommt in Österreich, die Krankenkassen überlegen, ob sie es bezahlen. Derzeit im Zulassungsverfahren hat sie zugelegt, ob es wirklich kommt und sie es zahlen, wissen wir noch nicht genau, die Alzheimer-Krankheit sind dafür, weil es ist ein kleiner Effekt, es unterstützt die Nervenzellen, keine Heilung, hier nur in der frühen Alzheimer-Krankheit. Schauen wir mal was zugelassen wird. So heißt es. Da haben wir von Österreich die Alzheimer-Experten uns zusammengesetzt und wir haben das Studieninterview angeschaut. Also es hat einen Effekt, es ist ein kleiner Effekt, aber es nahm es halt. Gut. Als letzter Faktor, was wir tun können in der Prädizion mit den Lehrern die soziales Netzwerk aufbauen. Halten Sie Freundschaften, halten Sie Kontakte, halten Sie sich sozial aktiv. Man weiß es, dass es ein soziales, gutes Netzwerk dieses angereicherte soziale Impffeld auch protektiv ist. Sie schützt vor einer Alzheimer-Krankheit. Wenn es alles getan wurde und Sie haben dann doch noch eine Demenz gehört, dann brauchen Sie ein Medikament. Und da haben wir heute in Österreich zwar keine, die heilen, aber wir haben vier Medikamente, die die Symptome im Durchschnitt über eineinhalb, zwei Jahre liefern können. und es erfolgen zwei Substanzklassen, man nennt sie die Acetylchlorinesterase-Hemmer und Lemantin. Es sind zwei verschiedene Substanzklassen, die sich über den Mehrwert vertreten. Davon gibt es einen Übersicht. Schauen Sie mal mit mir an. Es gibt die Acetylchlorinesterase-Hemmer, da gibt es das Dorefizid, das Remastitmin, da gibt es ein Pflaster, das Galatamin, das heißt, wie heißt es im H-Rezept, das ist das Reminyl, und das ist das Exynon, da gibt es Pflaster, und das Lemantin, da gibt es zwei, das Axuron und die Xer. Die gibt es alle einmal täglich, die sind nachweislich wirksam, alle ungefähr gleich wirksam. Nur, Sie müssen sich vorstellen, alle sind unterschiedliche Substanzen ein bisschen, man muss für jeden das Richtige finden, und man muss auch aufpassen, dass auch keine Nebenwirkungen gibt. Das sind Medikamente, die wirken, die machen Nebenwirkungen, und das macht dann der Facharzt, der für Sie das richtige Medikament aussucht, Sie müssen alle sechs Monate zu einer Kontrollversicherung gehen, aber Sie können damit rechnen, dass dieses Medikament die Hirnleistung symptomatisch verbessert. Der Effekt hält bis zu zwei Jahre lang. Das ist nur wichtig, wenn Sie nur zwei Jahre hier einen Benefit haben. Wichtig ist auch noch, dass sich diese Nebenwirkungen hießen und die Medikamente haben auch Nebenwirkungen. Man kann es nicht einfach so schlucken, oder sie auch verpicken, das ist eine ganz diffizile Sache. Man kann auch wechseln, wenn das eine nicht so gut wirkt, kann man auf ein anderes probieren, man kann es auch kombinieren. Und wir können mit diesen Medikamenten auch tief und alt zu dem Demenz behandeln. Es gibt auch welche dabei, die auch bei der Parkinson-Demenz wirken, oder auch bei anderen Demenzformen, wie zum Beispiel Gefäßbedingten auch ein bisschen schlechter wird. Wie zum Glück und alt sein. Sollen wir jetzt auf die Wundertherapie hoffen? Ich glaube, was ich jetzt sage mal, ist die Selbstverantwortung. Sie können viel tun, und Sie brauchen jetzt nicht auf die Wunderbühle hoffen, die alles lösen. Denn auch wenn wir eine wahrscheinlich ganz tolle Therapie haben, es gibt ja nicht nur die Alzheimer-Erkrankungen, es gibt viele andere Demenzformen, was machen wir dann mit Detail. Das heißt, es wird das Thema Demenz und Alzheimer uns schon noch lange begleiten. Auch wenn wir gute Therapie bekommen. Und ich möchte den ganzen Schlussreger von der Alzheimer-Signal-Alzheimer-Anhörer-Austreatorin ganz kurz in die Anhängerin-Perspektive ein bisschen näher bringen. Das ist das, was ich jetzt sehr engagiert habe. Das sind auch da, die sich jetzt etwas machen als im Ausdruck. Mindestens denke ich, die pflegenden Anhörigen sind eigentlich ziemlich betroffen, auch durch die Erkrankung. 80% der Kranken werden zuhause gepflegt, auch ein Viertel der schwerste Menschen. Entweder von Kindern, Schwiegereltern, Ehepartner, Verraten, Freunden, Nachhol, und vor allem 80% sind Frauen. Das heißt, Pflege ist immer noch eine weibliche Leistung. Das ist für mich selbstverständlich. Also ich glaube, mein Druck kann ich nur ganz nett. Ich werde jetzt in jedem Fall statt. Ich glaube nicht, dass ich mich so gut bin. Aber ich glaube, es ändert sich. Es ändert sich. Es ist ja nicht mehr cool, zu Hause die Opa und die Oma zu pflegen. Das ist mein eigenes Leben. Und ich brauche das noch. Das kostet noch 25.000 Euro im Jahr. Ich werde zweimal das. Das ist ja schön. Die Belastung der Angehörigen sind bloß dieser psychischen und emotionalen Stress. Und so müssen sie denken, sie verlieren ja auch durch die Persönlichkeit und Verhaltensdenken. Die Ehemann, der Erneuer, den Liebespartner, den Freund, den Mann. Sie verlieren da viel. Und das ist eine schwierige Phase des Losloses. Und noch gehen lassen. Und auch die Aggressionsverständlichkeit. Das will man ja nicht. Warum bist du krank? Es ist eine körperliche Belastung. Es ist eine körperliche Belastung. Durch die Betreuungsäure versuchen sie jemanden sauber zu halten, zu ernähren, Essen einzugeben, einen Transfer vom Bett, vielleicht einen Ruhestritt. Und das ist schon anstrengend. Aber diese körperliche Belastung ist nicht wichtig. Sie müssen dann zu den Doktoren erinnern. Zum Winklern, Sie haben ein Medikamentverscheidungs. Finanzielle Belastung ist kostbar. Ich brauche Medikamente. Ich brauche Hilfsmittel. Ich brauche Dienste. Ich brauche vielleicht eine Betreuung. Ich brauche jemanden aus der Slowakei nicht mehr umsonstlich leisten kann. Ich koste 8 Euro. Das sind viele Themen. Die Zeit. 24 Stunden. Vielfältige Aufgaben. Dadurch, dass sie sich um die Pflege kümmern, diese Damen. Dann werden sie so einsam. Die gehen immer ins Kino. Die können nicht daran los. Das sind ganz massiv so Belastungen. Und bis sie sich nur das nennen, von Leuten abzukommen. Eine schwere Schöpfungsrepressung. Und was man heute weiß ist, dass die Angehörigen durch diese Faktoren auch selber ein höheres Risiko haben, zur Kranknot frühzeitig zu sterben. Also die Demenz betrifft auch die Pflegenden. Durch diese Faktoren, die ich Ihnen jetzt gezeigt habe. Die Sterblichkeits, die zwei Drücken heben, das ist ein Vergleich zu jemanden, der nicht der Demenz gar nicht betreut. Höher Stress. Depressionen. Bis zu den eröffneten Leiden und Depressionen. Das ist ja nicht nur Forderungen auch erleben. Und da ist noch eine Bitte. Es gibt Selbstmöglichkeiten. Auch hier in den Islpakt zeigen, und dann auf die Folie. Hilfe anzunehmen. Ein großer Schritt, das machen viele, wenn sie schämieren sie. Ich kann das ja, ich muss das ja machen. Ich muss ja meinen Hauch verlieben können. Was sagt ein Nachbarn? Wenn ich es nicht schaffe. Es sind Versagensängste dabei. Schaden. Das ist falsch. Geh das bitte und hol seine Hilfe anzunehmen. So dekompensieren sie früher später. Denn sie sind auch, die bebrauchten Angehörigen, die sind im Durchschnitt auch schon selber über 50, und wer auch über 50. Das sind keine Jüberpuppeln mehr. Das heißt, diese Kompensationsfächer ist auch nicht da. Was machen wir jetzt von Arbeit zum Arbeitsplatz? Es gibt auch andere Organisationen, aber ich glaube, wir sind einer der größten. Und versuchen wir seit 20, mehr als 20 Jahre miteinander, Informationen brauchen. Ganz wichtig ist immer Wissen über die Erkrankung. Wir wollen Hilfe auch zur Selbsthilfe geben. Nur zwei große Gründen. Das eine ist im Selbsthilfebereich, das andere ist im Wissenschaftlichenbereich. Ich bin in beiden Däten. Vor allem auch im Wissenschaftlichenbereich. Ich mache das Wissen dazu. Erfahrungsaustausch ist wichtig. Aussprachmöglichkeiten. Über die Situation zu sprechen. Wie geht es denn dir, geht es denn dir auch so? Kennst du das? Das kann sehr der Freien sein. Wenn wir unsere Alzheimer-Cafés haben, und wir unsere Angehörigen-Trennungskurse haben. Das erste Mal in der Situation sprechen zu können, kann so viel Erleichterung bringen. Ich bin nicht alleine. Vielseitige Unterstützung und Vertretung nach außen. Also wir wollen auch nach außen ein Lobby machen, für einen Patienten, die wir selber nicht haben. Ich habe das Thema Durm-Platus geschrieben. Wir haben uns über 5.000 Erfakt im Jahr. Wir stellen Informationen zur Verfügung, zu den zirischen, sozialen, der rechten, finanziellen und medizinischen Fragen. Und haben auch die entsprechenden Fachleute. Wir haben einen wissenschaftlichen Beirat, wo nicht nur Analogen dabei sind, sind auch Lehrersexperten dabei, sind auch Sozialexperten dabei, sind auch Pflegeexperten. Das heißt, wir haben die Experten an Bord. Ja, und wir stellen auch Informationen zu sozialen Hilfsdiensten her. Nicht jeder weiß, wie zum Essen auf Rädern kommt, wo er sein Pflegegeld hergibt, wie das in der Sachwalteschaft ist, mit der Vorsorgevollmacht. Was für eine Angehörigen-Vertretung? Da gibt es viele, viele Dinge, die wichtig sind. Und das ist kompliziert. Ja, unheimlich, wie sie getreifend sind. Und ich weiß nicht, es gibt viele, viele Angebote, die wir da anbieten, das wichtig ist, die müssen sie annehmen. Die müssen sie annehmen und sagen, da können wir nichts machen. Aber das sind Fotos. Die Leute sind auch nicht geahnt. Die Angehörigen sind immer die betroffenen Patienten mitgehalten. Das ist keine Schande. Mitnehmen. Es wird auch gelernt, z.B. in der Rieskurs, und die machen zu einem Transfer von B in den Sessel. Das ist ein Kreuzbrief auf Anscheinung. Alter, hier haben wir viele lernen, die sehen wir als Mauer. Das ist uns, unser Völkner, wie wir es wissen, in Wien hauptsächlich, in der Oberaukartenschläge zentral, aber in Niederösterreich, in den Völkern, dann finden wir sicher, ob es noch ganz aktuell ist, ich habe einen Schmetzer, den ist gebrochen. Also es gibt auch eine andere Mauer, und so weiter, es gibt auch ein Telefon, also es gibt schon Handsprechpartner, wo sie es vielleicht noch zum Beispiel machen. Gut, damit möchte ich entschließen, ich glaube ich bin ein bisschen schon mit der Zeit, über das überrufen jetzt, immer noch bedanken, für die lange Angeksamkeit, die mir zur Stunde. Ich hoffe, dass es Ihnen nahe kommt, dass man Alzheimer, das ist kein normales Alter, die Erkrankung des Gehirts, das gehört frühzeitig erkannt, abgeklärt, behandelt, wir haben eine Verheilung, wir werden bessere Medikamente trinken, aber wir haben schon welche, und es gibt Profis, die sich daran unterstützen können, um auch wieder erkranken, und letztendlich, es ist jetzt kein Schicksal, Sie können auch viel tun. Und ich möchte Sie darauf bitten, diese Erkrankung auch ernst zu nehmen, das ist keine normale Altersvergesslichkeit, und Sie haben auch hier im Umkreis gute Ärzte, gute Doktor, die Sie da begleiten können, und letztendlich auch Alzheimer, zum Beispiel das auch Alzheimer selbst würde, ist für Sie da. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit, Herr Kera, sehr schlopfen, und danke sehr. Applaus 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 Vielen Dank.